Hallo meine Lieben! Heute habe ich für euch mal meine Outtakes gesammelt und zwar habe ich zum Beispiel bei der Schenekso gesehen, dass sie immer so Bloopers macht und das finde ich immer sehr sehr lustig und deswegen habe ich seit ungefähr einem Jahr auch so meine Outtakes gesammelt und einfach mal geguckt, wo ich mich versprochen habe, wo ich einfach missgeredet habe oder wo irgendwas Lustiges passiert ist und das Ganze habe ich einfach mal zusammengeschnitten und ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß dabei, weil man muss auch mal über sich selber lachen können. Mein Haar. Und mir gefällt es auch sehr gut. Und bin auf meiner. Ich bin schon. Voll der Spacken. Das zweite. Das zweite Produkt ist mein absoluter. Wunderschön. Also falls ihr viele Autogeräusche hören solltet, dann tut es mir leid. Wie heißt das? Wir waren Tempelbar. Okay. Wir waren Tempelbar. Das sieht sich an wie so. Junge, wir waren vor Tempelbar, Alter. Oder? Da muss ja ein Daddy Duster vor. Wie ihr seht, habe ich meine Augenbrauen jetzt nochmal nachgezeichnet. Wir sind gerade im Auto und fahren jetzt zu den Augenbrauen. Die Nina, die ist sich gerade die Zähne am putzen. Shame on you, Nina. Und zwar habe ich ja auch nichts extremst voll. Und das hat eine 24-Stunden-Wirkung. Hä? Bei dir geht oder was? Den Volume Expressen. Die Volume Expressen. Boah, wie kann man so einen Sprachfehler haben, Kim? Einfach scheiße. Gibt den Brüsten, sage ich mal, beim Sport so richtig Halt. Und es gefällt mir. Ja, Leute, ich versuche euch jetzt mal hier die... Äh, ich habe wieder Hembungen. Oh. Aber ich finde, das Geräusch im Hintergrund ist bestimmt cool. Ich sage dann auch, ja, die Nina putzt sich gerade die Zähne. Ja, ich versuche euch jetzt mal zu erklären... Nee. Ich werde euch jetzt... Abhö! Ja. Vieh-Transporter. Am Bahnhof... Äh, Quatsch, am Bahnhof. Genau, am Bahnhof. Männer! Es tut mir leid, wenn ich öfter meine Nase hochziehe. Ich glaube, es kommt eine fette Erkältung auf mich zu. Äh, vielleicht sollte ich mir einfach noch mal Tampoks in die Nase stecken und einen auf Claudia Temponia machen. So. Nisa, komm raus. Bleib nicht drin. Ich sitze jetzt auf... Ich sitze jetzt auf dem Auto. Genau, ich sitze auf dem Auto da. Okay. Hab ich euch aber schon... Damit ihr das nicht falsch schreibt oder sowas, schreibt es die euch... Pfefferminz. Ey, meine Lichterkette ist aus. Nein. Ich mit Abstand das aller, 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 allerbeste... Voll... Wow. Oh, das ist die Farbe der Liebe. Pupu. Oh. Hab ich das aufgenommen? Wir waren im Tempelbar, Alter. Aber Tempelbar, wenn wir sagen, Stadtbezirk zu machen. Okay. Wir waren im Stadtbezirk Tempelbar. Hm. Wir waren gerade feiern und kommen gerade von der Tempelbar. Ich sag einfach, der juckt. Dem. Dem? Dem. Den Tempelbars. Blah, blah, blah. Ha, ha, ha. Nee? Jetzt. Chillen. Ich sag jetzt. Sie so doing, 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 doing. Ja, ihr Lieben, das waren dann jetzt meine gesammelten Outtakes. Ich bin der Meinung, man muss sich auch mal selbst auf die Schippe nehmen. Ihr müsst auch mal was zu lachen haben und mich nicht immer so steif vor der Kamera sitzen sehen. Jetzt habt ihr auch gesehen, da geht auch mal was schief. Ich hau auch mal einen raus und so weiter und so fort. Und wenn ihr nur ein bisschen ins Schmunzeln gekommen seid, dann freut mich das schon sehr. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr nochmal so ein Outtakes Video haben möchtet, weil dann werde ich die Outtakes von mir wieder sammeln und das Ganze dann nochmal zusammenfügen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.